Was geht ab? Euer Oma ist wieder back in Business und zwar heute mit einem neuen Video. Heute spielen wir mit Josias und Issa. Ähm, äh, hallo, hallo? Äh, hallo, hallo? Ja, hallo, hallo. Ja, 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 äh... Hallo, ich bin Issa und ich bin Josias. Äh, ich bin Issa und ich bin Josias. Ja. Ich sag's, ich bin Josias. Ich bin Josias. Ich wusste grad nichts. Der mit dem Kind ist Josi, da steht, da steht er, ich ziel grad auf ihn. Und der, der andere ist Issa. Okay, wir wollten Dreier-Battle machen, also Dreier-Bau-Battle. Jeder braucht es, baut es mal. Okay, hier. Drei, ich sag in drei, zwei, eins, go. Jawohl. Oh mein Gott. Ich bin grad in der Mitte, warum hab ich die Mitte gewählt? Jetzt kommen alle beide 100 pro auf mich. Aber Highground ist erstmal gesaved. Oh, der Schuss ist halt merkwürdig. Best of free machen wir. Doch mit. Ohne, okay, dann warte ich, wenn ich kurz falle. Okay. Ja, mach. Leute, ich muss mich kurz fallen. Warte mal. Ja, ja, mach, mach, mach. Ich hab schon mal ein Punkt. Ja, ich hab doch auch eigentlich schon ein Punkt. Ah, nein, nein. Josias hat ein Punkt. Scheide ist schade. Okay, Leute, geht runter. Fängt wieder an. Läuft sich noch mehr aufgutfallen? Mach mal erstmal alles weg. Ja. Ja. Hä, wie macht man sich normal? Mit Dienster, äh, Linke-Freibe. Ja, hab ich. Ja, haben wir, haben wir. Ja, okay, gut. Okay. Drei. Warte, jeder Brot ist. Nein, Digga, diesmal bin ich nicht in der Mitte. Nein, ich bin nicht in der Mitte. Nein, einer von euch ist jetzt in der Mitte. Ja, okay, dann gehe ich mit. Ja, gehe ich doch. Nein, da, da, wo ich gebaut hab, geht. Junge. Ich geh da. Ich geh da. Ja, okay, äh, du gehst da hinten bei Josias. Oder ich geh bei Josias einfach jetzt. Ich geh hier. Bau. Okay, einen Trip. Ich hab schon mal zwei wegen meines im Boden. Ähm, ähm, nein. Nein. Ja, okay, okay, okay. Ich dachte, du fängst jetzt an. Nein, warum solltest du anfangen? Okay. Okay. Wo will ich um das Maus Ilias? Hä, spielst du mir die mit? Okay, drei, zwei, eins, go. Ey, bei mir leckt's, bei mir leckt's. Es leckt. Ja, es hat aufgehört, es hat aufgehört. Ey, schon wieder leckt. Nein, es leckt, es leckt, es leckt. Es leckt. Ich kann nix machen. Hä, es leckt richtig so, wie ich bau, Alter. Hä, achso, ich weiß, weil, äh, zwei Leute im Kreativzentrum sind, gerade. Es hat aufgehört, jetzt hat es aufgehört. Ja, jetzt steht die da. Ja, es hat gegen die, die. Oh, jetzt muss ich schon mal ein High-Ground. Oh, ja, hab ich gesprungen. Ey, 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 jetzt hab ich High-Ground. Hast du? Ja, ich hab den High-Ground. Wirklich? Ey, ohne runter schießen, Leute. Nein, warum habe ich keine Falle geplaced? Ich hab den High-Ground. Ja, ich hab den High-Ground. Das hat mich wieder entscheiden. Ja, da klappt der. Ja, da klappt der. Ich hab den High-Ground. Warte mal kurz. Okay. Hä, du sagst, ich warte mal kurz. Okay, warte mal kurz. Ja, okay, ich mach dich mal mit. Ja, was musst du machen? Hä, wo fliegt, du Issa? Entschuldigung. Ohne fliegen. Hä, war da kein Hit? Hä, ohne runter schießen, Leute. Hey, Junge, ich hab den High-Ground. Einer ist da. Keiner. Ich hab dich getüttelt. Josi. Meiner. Alle beide. Ein Punkt für mich. Ein Punkt für mich. Nein. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Ey, lass mich doch mal. Ich muss doch alles kaputt machen. Ich schwöre. Ich schwöre angreif. Junge, warum baust du? Warum baust du? Warum baut ihr alle? Sack. Können wir jetzt anfangen wieder? Warte, ich muss das machen. Warte. Ja, endlich. Nein, und aus dem, ich muss mich wieder Ritz-Bahn wegen Issa. Hä, wer hat dich gott getötet? Nein. Ich musste respawn wegen dir. Okay, wann geht's los? Ich baue schon mal. Ja. 1, 1, 1, 5, 1, um 30. Ja. Äh, Issa. Okay, es geht los. Ey, ja, moin. Apokalypto. Apokalypto. Du, oh noch ein paar schießen, Alter. Okay, einer Hit. Komm rein. Nein, kein Bock. Ey, Bodo. Ja, komm mal, wie ich jetzt verliere. Okay, einer ist down. Oh. Beide sind down. Ich. Du hast ein Headshops gegeben, wa? Nein, ich hab die normale Hit gegeben. Hey, wie viel, wie viel Kitas hast du grad? 20. Ey, was lügst du? Doch, ich hab 20. Nein, wegen, gerade, jetzt hab ich, jetzt hab ich 20. Fick mal, es boxt, ey, es boxt, es boxt. Nein. Ja, ach. Nein, doch, nein, doch, doch, nein. Ey, warum boxt? Ach so, doch, das ist recht. Okay, ich baue schon mal ein, okay. Okay, okay, nein, okay, wir dürfen schon mal eine Treppe machen. Es gibt eine andere, die geht weiter. Es gibt eine andere. Es gibt eine andere. Hör, wo, 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 wo? Das rote Ding irgendwo hier. Keine Missgebote, Anna, Anna. Ich höre, keine Missgebote. Ey, Digga, das ist ein Freund von dir. Das ist ein... Keiner Bastard. Ey, du, bist Petrovic. Wer ist Petrovic? Wer ist Petrovic, wer ist das? Ja. Dann wer ist mir in der Klasse? So, Leo. Ey, welcher Klein- und Reise hat mich angeschossen? Welcher? Du hast mich angeschossen. Nein. Er hat mich. Kann ich mal ihm sagen, dass ich weggehen soll? Was? Er ist richtiger Pro. Ich schwöre, er ist richtiger Pro. Hey, los geht's. 3, 2, 1, let's go... Ich bin mal... Ey, 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 ey. Einer, daueren. Ey, umme. Das will ich schon. die dachten du darfst du dich nicht angreifen du darfst doch nicht warum lasst uns nicht zu Ende falten ja ich würde den ich könnte ihn vielleicht kriegen mit dem Headshot nein eigentlich ist jetzt unfair du hast das weniger Leben ich man dieser kleine 31er wo später damit wie er aussieht ich habe ich habe gewonnen Ciao Leute Peace out und bis zum nächsten Mal